also das anfang ist gar nicht mehr mit drin ich glaube da mache ich zwei videos draus auf auf ich bin nur der linie gezogen hat auch den erwirtschaft zu blockieren und im moment bremmer sich aber sich ja bremsen das war gerade echt gute antworten dass das wende die baby geschlüpft also bitte ja das kann ich kann doch das wenden haben und ich baby schöne die wasser gefallen müssen was nicht da drin da ich mich hast ja auch ins wasser geschoben beide das war's beide sind gefallen das letzte boot wille irgendwas stimmt nicht die bonn führten rennen an ich wollte auch rein wo du erster sagst ja ja damit räumt ihr erstmal kurz alle weg das war nicht geplant ihr wollt mich ja nicht durchlassen also seid ihr selber schon ich wollte eigentlich nur und wie gesagt wollte nur den windschut blockieren den satz merke ich mir und du wolltest mich ja hinten nicht durchlassen also bist du selber schuld das könnte in zukunft mal noch schluss 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 nein 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 doch 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 war schon wieder dran bei ihr soll man da solltest du heute nicht zu nahe kommen ja 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 Das war's. 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 Das war's.